Das Überschrift heißt Schottels, Block und Nahtepau. Wat ist das, ein Nahtepau? Wat sind Kuhnekranen? Wettet das eine, hey, wat Kuhnekranen sind? Kranische, ja. Wat ist ein wahrste Schau? Wat sind spitze Jirane? Wat ist dat, ein Schnurternas? Wat sind Ockerwenskes? Wat ist da eine Klumpkesglas? Wat sind Wenderschenskes? Wat hecht Wrehele? Wat Luhs? Wat is Rüpsche? Schäle. Wat is ein Verwende Dus? Wat hecht Gronte? Jäle. Wat is eine Jäkkeschlach? Wat hecht Hürensjuskes? Wat is eine Krutwöschma? Wat sind Blomepüskes? Wat is eine Schottelsblock? Wat hecht Hummus, Pute? Wat is Schnopp und wat is Schnock? Wat sind bunte Rute? Wat is eine fiese Möp? Wat is eine Rochelsdöppe? Wat hecht Siebnaht? Wat is Pöp? Wat sind Dordeschöppe? Wat is eine Wegedäsch? Wat sind Hote Träme? Wird dat inne, wat Hote Träme sind? Hölzerne Balken. Hote Träme. Hote Träme. Ich kan den dafür auch nachkicken. Ich wusste aber nicht. Hote Träme. Wat hecht Gräschgesgräsch? Wat hecht Helle? Wärme? Wat is Alseek? Wat is ein Wratt? Wat hecht Läbes? Schäse? Nee, wie vrem, wird doch aus Blatt. Het is bovwürdig Räse. Het is ein rechter Rätselsprog. Man moet se übersette. Moet se wie ut nach und lorg wird verjerte Räte. Bravo. Applaus Vielen Dank.